Hallo, mein Name ist Florian. Ich habe heute Andrea bei mir zu Gast. Hallo. Hi. Ich würde gerne mit dir heute ein paar Balanceübungen machen, also Gleichgewichtsübungen. Und als erstes würden wir gleich anfangen mit einem Einbeinstand. Mit welchem Bein fühlst du dich wohler oder sicherer? Ich glaube mit dem rechten. Okay, dann fangen wir mit dem rechten an. Wir stellen uns auf ein Bein, schauen, dass wir das Gewicht auf den Vorfuß verlagern, das Knie nicht über den Zehenspitzen ist und wir aufrecht stehen. Wenn wir da schon ganz sicher sind, können wir zum Beispiel ein Bein auf die Seite strecken einmal und ein bisschen nach hinten beugen oder nach vorne oder das Knie ein bisschen anheben. Genau. Gut, dann können wir kurz auslockern und wir stellen uns auf das andere Bein. Schaut noch nicht gleich und ist da nicht ganz so einfach. Jetzt das andere Bein, wieder schön aufrechter Stand, das Knie anheben, gleich mal ein bisschen zurück strecken, das Bein auf die Seite und vielleicht auch noch ein bisschen rüber. Na gut Andrea, dann danke ich dir fürs mitmachen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.